hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge in minecraft stadt ja wir haben jetzt eine försterei gebaut die ihr da hinten seht auch jetzt nicht wunderschön aussieht aber naja ist ja nicht so schlimm und ich wünsche euch viel spaß bei anschauen also ja bis gleich ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 This life is a battle, would not occur. Und ja, das wird jetzt noch alles animiert und hier wird noch eine schöne Baumfell-Animationen kommen, also wie der zersägt wird und ja, da es ja noch ein kleines Projekt ist, würde ich das jetzt nicht wirklich mit dir zeigen, wie ich das animiere, ich wollte euch dann einfach das Endergebnis zeigen, das heißt, wir sehen uns dann wieder, wenn hier soweit alles fertig animiert wurde, also bis gleich. So, jetzt endlich nach einer sehr, sehr langen Zeit bin ich so in etwa mit dem Animieren fertig. Wir haben einmal hier vorne eine Baumfell-Animation, okay, die ist jetzt irgendwie broke, ja, die ist gerade irgendwie kaputt gegangen, warum auch immer. Und ja, der Kran, der gute, der Kran, schaut es euch an. Ja, ne, wir haben dann hier oben, bauen wir noch eine Plattform hin und dann geht es auch wieder abwärts. Bisschen verpackt noch, aber ja, ne, kann man jetzt nichts machen. Ja, das Tor hier funktioniert jetzt eigentlich auch soweit, wenn ich es noch vergessen habe, anzuschließen, aber egal. Das Tor hier ist vorne, Fürsterei, ah ja, genau, muss noch alles ein bisschen verschönlicht werden. Ich habe mich jetzt erstmal nur um die Animation gekümmert. Das soll es dann auch für diesen ersten Part gewesen sein. Macht's gut und tschau, euer Red Gamer.